In Klauchau ist Kirmes, so bewarb der mittelsächsische Schaustellerverein weit über die Grenzen des Ortes hinaus, den diesjährigen Rummel. Umringt von viel Grün präsentierten sich die Schausteller auf der Hammerwiese am Gründelpark. Erstmals dabei die Schaukel HyperX von Rausch. Doch auch der Musikexpress aus Ostfriesland, Arendt Steinmann, feierte seinen ersten Besuch hier. Auf die Dauer hilft nur Musikexpress Power. Klaasirgarten Atlantis von Welte Drexler. Obligatorisch Schießstand, Verlosung und Greifautomat. Klar, auch ein Autoscooter war dabei. Hickmanns Top Car. Für die Kleinsten gab's die Super 8 Schleife, sowie das Nostalgie Karussell von Katschmann. Das Klauchauer Kirmesfest 2018. Klein, aber fein.